So, meine Lieben, es geht weiter mit Gothic 1. Wir haben jetzt mal einen anderen Weg hier ausprobiert. Ob das der richtige ist, weiß ich nicht. Aber jetzt kommt hier auf jeden Fall erstmal wieder ein kleiner Tempelwächter. Hier kann ich mich übrigens nicht mehr wirklich erinnern. Auch, das ist auch mal wieder so eine kleine Besonderheit. Na komm. Schnitter, ach da. Da kommen sie jetzt alle angerannt. Ich mag die Skelette in Gothic 1. Die haben irgendwie was. Auch wenn das jetzt hier gerade eher so Kanonenfutter ist. What the fuck? Ich war da doch noch gar nicht fertig. Sonderbarer Stein. Auf den kann ich auch nicht draufklettern. Na bravo. Na bravo. Ich hatte ganz vergessen, wie viele Fallen es doch in Gothic 1 gibt. Also gar kein Vergleich zu Gothic 2. Da gab es wesentlich weniger Fallen. Da habe ich wirklich in Erinnerung nur aktiv die letzten Fallen. Ab und zu kann dann ja natürlich mal ein paar Stacheln aus dem Boden. Aber das war ja nicht die Rede wert. Aber hier richtig viel. Gerade auch jetzt bis in diesem Tempel hier. Okay, den kann ich anscheinend. Doch, jetzt geht's. Okay. Nett, ein Dämon. Kommt da jetzt jedes Mal einer? Das sind ja nette Ideen, muss man ja schon sagen. Könnte ich mich übrigens auch nicht mehr daran erinnern. Ja, hier kommt noch einer. Anscheinend drei Dämonen. Aber die dodgen. Und parieren auch. Gleichermaßen. Mystische Kreaturen. Mag ich auch nicht übrigens. Mag ich auch nicht. Also dieses Parieren. Das ist ja, gibt's in Gothic 2 gar nicht, ne? Ach. Was ist das denn jetzt für einer? Ah, ich glaube jetzt weiß ich's. Ein Ungläubiger im Hort des Meisters. Verdammnis über dich. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Der hat 8000 TP gebracht. Schön. Easy. So, und jetzt sag mir doch einmal bitte einer, was ein Lichtbringer ist. War das eine Waffe? Bin ich gerade irgendwie ein bisschen gaga? Was war der Lichtbringer? Was war der Lichtbringer? Ich bin gerade so ein wenig in Bredouille. Könnte ein Buch sein. Nee, war es aber nicht. Scheiße. Ja, kann wohl nichts Wichtiges gewesen sein. Ich schau mal. Äh, Verak Karzorg, ein weiterer der 5 Ork-Shamanen, wird nun seine erbärmlichen Existenz mir zu Füßen beenden. Hä? Ein weiterer der 5 Ork-Shamanen. Wir haben doch überhaupt gar keine Infos über die Ork-Shamanen. Ich verstehe es nicht. Habe ich irgendwas Story-Technisches übersprungen? Kann das sein? Ich glaube, ich habe irgendwas übersprungen. Ich wollte auf jeden Fall nochmal nach draußen. Ich wollte mir nochmal... Ja, das ist aber komisch. Soll ich überhaupt jetzt schon so weit vor in diesem Tempel? Ist das überhaupt richtig? Mache ich hier gerade nicht irgendwie einen Fehler oder so? Ich frage mich gerade allen Ernstes, ob ich hier wirklich so weit vor soll. Aber ich mache es jetzt einfach mal. Ich habe halt echt keine Ahnung, aber... Story-Technisch kommt mir das gerade ein bisschen... ja, komisch vor. Keine Ahnung. Ich kann euch das Gefühl gerade nicht so ganz beschreiben. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, wir machen was falsch. Irgendwas machen wir falsch. Ich habe es gerade zischen, ne? Mistviecher. Irgendwo sind hier wieder Minecrawler. Sonderbarer Stein. Schon wieder einer. Ah ja, da ist noch ein Schamane. Auch der will wieder aufs Maul. So viel zu diesem Fünf-Org-Schamanen. Ich glaube, wir sind hier richtig. Oh, der Konter. Der hat ihm richtig gegeben. Ja, nice. Der hat mich fast gegrillt. Welten-Spalte. Ach, dann war Lichtbringer, äh... das Schwert. Perukinese. Und... Gratnak. Gut. Give me some heal potions. Einer geht noch. Und speichern. Sehr, sehr schön. Dann haben wir zwei von Finif. Guck mal, da ist die Rune, die schwebt in der Luft. Aber die haben wir ja eingesammelt. Haben wir hier noch was? Eine Spruchrolle. Aber ansonsten... Oh ja, hier noch ein paar Tränke. Da könnten natürlich auch durchaus... Oh, was sind denn das da für Dinger, die da oben? Da kommen wir wohl nicht dran, weil die Buggy sind. Oder man soll nicht dran kommen. Das weiß ich jetzt gerade, ne. Könnte beides sein. Ich könnte vielleicht auch mit Telekinese da dran, aber... Ist das wirklich beabsichtigt? Ich meine, für mich sieht das jetzt hier erstmal so aus, als ob man da einfach nicht dran kommen soll, oder dass das hier ein Bug ist und man deswegen nicht dran kommt. Gucken wir mal. Telekinese. Ist auf der 6. Ja. So bin ich rangekommen. Auch an den. Habe ich noch mal Telekinese? Ja, ich habe immer noch mal Telekinese. Ob das wirklich so gewollt ist? Ist das wirklich so gewollt? Da ist noch einer hier unten, aber ich komme nicht dran. Ah, jetzt. So. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Oder ob ich da jetzt gerade irgendwie... Oh, doch hier. Ich sens der Stärke. Ich glaube, das war einer dabei. Ja, ich weiß es nicht. War das gewollt oder war das nicht gewollt? War das ein Bug? War das kein Bug? Sollte man sich das mit Telekinese holen gewollt? Das muss ein Bug gewesen sein. Das muss ein Bug gewesen sein, ansonsten wird die Fackel da oben auch keinen Sinn ergeben. Ich meine... Was soll denn das? Gut. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier noch? Genau. Hier waren wir schon, oder? Hier waren wir auch schon. Hier waren wir... Kann sein, dass wir da jetzt dann schon da hoch müssen. Ich weiß es gerade nicht. Waren wir denn da schon... Hier, in den Katakomben hier, bei den Minecrawlern? Ich mache jetzt immer absichtlich kein Licht. Ich will die Rolle nicht verschwenden. Ja, hier waren wir schon. Ja, dann... Sonst würden wir ja auch Minecrawler sehen. Dann muss ich jetzt wohl als nächstes tatsächlich da diesen Steinpfad hoch, der sich da für uns ja, offenbart hat. Hier, diese Dinger. Die sind ja nach unten gefahren, sodass ich jetzt hier tatsächlich hochklettern kann. Er ist aber natürlich wieder zu dumm zum Springen. Ist schon gut, mein Freund. Wir haben alle so unsere Probleme mit körperlichen Aktivitäten, aber du ganz besonders. Ah, jetzt. Jetzt hat er es. Lang hat es gedauert, aber er hat es dann doch hinbekommen. Mist, Kerl. Hast du aber Glück gehabt, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Ach, schau mal an. Ist das jetzt der richtige Weg hier? Oh, wir haben erst mal den Level ab. Und der hat auch schon wieder nicht mal seine Waffe gezogen. Ich glaube jetzt gerade, dass wir hier falsch sind. Also, nicht falsch, aber ich glaube, wir sollten als erstes hier den Weg hier gehen, weil dort eventuell noch ein Schamane ist. Aber hier geht es nicht durch. Warum geht es hier nicht durch? Ah, hier ist ein Schalter. Aha. Aha. Wer sagt, hier geht es nicht durch? Pfeil? Ist hinter mir nicht zugegangen, aber ich hatte gerade das Gefühl, dass sie das tut. Was ist denn das hier für ein Schalter? Ah, okay. Da geht einfach nur das Ding wieder zu. Hallo? Aha. Da ist schon wieder einer von diesen Schlingeln. Oh, der hat Elektroschocks. Muss nicht immer gleich immer so persönlich werden. Oh, der hat auch so einen scheiß Stun. Die stunnen alle. Miese Krise. Da muss man dann so ein ganz klein wenig aufpassen. Okay, hier sieht es so aus, als ob man hier auch runterkommen könnte. Ach, wir müssen da auch irgendwie runter, weil ich sehe gerade, dass der Gang zurückversperrt ist. Ich weiß aber gerade nicht genau, wie. Was zur Hölle? Kann ich mich davon jetzt wiederholen? Kann ich da aufstehen? oder steht er nicht auf? Er sieht ja recht aufgespießt aus. Komm schon. Scheiße. Wo habe ich gespeichert? Hier habe ich gespeichert. Ach so. Nee, genau. Ja, dann kommt das jetzt ja nochmal. hier mal Pfeil nehmen. Komm, nicht lange schnacken. Stirb einfach. Sehr schön. Und mit diesen schönen Abschlussworten mache ich auch Pause. Wir hören uns beim nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao. Pfeil. G copied im Ja. Ja.